Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag das Gwennophon, ein Videotelefon für Senioren. Wer hat es erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern meine Wenigkeit, Stefan Bauer. So, eigentlich bin ich Geschäftsführer und Gesellschafter der Bauer ITC SUG Haftungsbeschränkt. Habe noch ein Open Source Projekt namens X2Go an der Backe, in welchem ich gleich mehrere Funktionen ausübe. Der eine oder andere hat vielleicht auch den vorherigen Vortrag von mir zum X2Go HTML5 Client gehört. Und außerdem bin ich auch noch der erste Vorsitzende der Open Remote Computing Association, einem eingetragenen, gemeinnützigen Verein. Und nebenbei schreibe ich auch noch Artikel für verschiedene Publikationen von heise Medien, wie heise online, CT und das deutsche Make-Magazin. Seit Neuestem gibt es auch in der Südwestpresse, meiner lokalen Tageszeitung, immer wieder mal was von mir zu lesen. Und jetzt fange ich auch noch an, ein Videotelefon zu bauen. Man könnte echt meinen, mir ist langweilig. Bevor wir loslegen, muss ich leider zwei Hinweise runterspulen. Alle in diesem Vortrag vorgestellten Ideen, Pläne, Zeichnungen, Modelle, Fotos etc. zum Gönophon unterliegen, sofern nicht explizit anders gekennzeichnet, der folgenden Lizenz. Attribution, Non-Commercial, Share-Alike 4.0 und das Gönophon hat auch einen Gebrauchsmusterschutz in Deutschland. Kurzfassung, privater, nicht kommerzieller Nachbau ist erlaubt und erwünscht, aber wer das Ding nachbaut, um es gewinnbringend zu verkaufen, bekommt rechtlichen Ärger. Und Hinweis Nummer 2, das heute ist ein Update-Vortrag. Der Slot geht zwar 45 Minuten, aber ich möchte auch eine Gelegenheit für eine Frage- und Antwortrunde am Schluss lassen. Daher, wer sich ausführlicher für die Historie interessiert, dem möchte ich dir unten ein paar QR-Code verlinkten Vorträge empfehlen. Ich blende die auch nochmal am Schluss auf den letzten paar Folien ein. Außerdem findet man sie alle auch im Gönophon-Wiki auf der Event-Seite. Vor dem Update muss aber trotzdem erstmal ein kleiner Rückblick auf die Entstehungsgeschichte und die Projektziele sein, um die, die heute das erste Mal vom Gönophon hören, abzuholen. Wie kam es überhaupt dazu, dass ich mich entschlossen habe, das Gönophon zu entwickeln? Nun, ich war unzufrieden mit der Gesamtsituation, wie man an dem hier abgebildeten Tweet sieht. Und kürzt danach meldeten sich vier weitere Leute bei mir, die alle in einer ähnlichen Lage waren. Teilweise sogar mit Demenzpatienten. Schauen wir uns mal an, worauf es bei einem Senioren-Videotelefon so ankommt. Wir brauchen ein seniorenfreundliches, vertrautes Bedienkonzept. Als zentrales Bedienelement dient also ein Telefonhörer, vielleicht noch je nach Anwender, ein Rufknopf, Kurzfalltasten oder sogar eine Wählscheibe. Weil sich eine demente Person sehr wahrscheinlich noch an deren Funktion und an Telefonnummern aus der Vergangenheit erinnert. Alle sonstigen Funktionen müssen von der Familiengegenstelle fernbedienbar sein, also die Audio- und Videoeinstellungen. Außerdem muss zumindest das Basismodell des Grenophones aus auch im Lockdown verfügbaren Komponenten herstellbar sein. Weiterhin brauchen wir eine anfängertaugliche Konstruktion, das bedeutet lötfrei und es darf kein großer Maschinenpark notwendig sein. Der Zusammenbau muss am heimischen Küchentisch funktionieren, mit Laubsäge, Schraubzwingen, Zangen, Schraubendreher und vielleicht noch Heißklebepistole. Und natürlich gibt es auch eine Kostenschmerzgrenze, 250 Euro pro Gerät in der Basisausführung. Durch die aktuelle Lieferkettenproblematik beim Raspberry Pi sind wir da leider näher dran als beliebt ist. Nun, wie fängt man so ein Projekt an? Wie macht man es bekannt? Wie sucht man Mitstreiter? Damit kommen wir zu Bauer's Law. Wer zu jung oder nicht Linux-affin genug ist, um das Zitat zu erkennen, mit diesen Worten hat Linus Torvalds damals den Beginn der Entwicklung am Linux-Kernel angekündigt. Nachdem ein erster Mitmachaufruf beim Hackerspace Freiraum in Ulm ohne Reaktion blieb, wurde der nächste weiter gestreut. Ziel waren die Linux-Usergroups Ulm und Stuttgart, der Hackerspace Shackspace in Stuttgart, sowie der Ulmer Erfinderstammtisch. Und da kam dann auch ein bisschen was zurück. Aus der Luke Stuttgart wenigstens ein paar warme Worte, sowie von Shackspace-Mitgliedern der ein oder andere gute technische Tipp. Es fanden sich dann noch ein paar weitere Mitstreiter über den Ulmer Erfinderstammtisch und über die Linux-Usergroup Ulm. So ein Videotelefon, das braucht natürlich auch ein Gehäuse. Und das Ergebnis des ersten Entwurfs war, 3D-Design ist hart, let's go shopping. Nein, ernsthaft, wenn man vor 23 Jahren mal AutoCAD angefasst hat, dann vor 16 Jahren noch ein kleineres Konstruktionsprojekt QCAD und danach nichts mehr, dann ist die Lernkurve zum aktuellen FreeCAD oder OpenS-CAD sehr stell. Zu stell für meinen Geschmack. Für den ersten Prototyp, Pathfinder 1, habe ich dann stattdessen zu Papier und Wellpappe gegriffen. Wellpappe ist ähnlich dick und lässt sich sogar noch einfacher bearbeiten als Sparholz. Da das bestillte Display auf dem Postweg etwas länger brauchte als erwartet, hatte ich dann noch zwischenzeitlich mit einem anderen, kleineren Display experimentiert, was mir ein Bekannter überlassen hatte. Diesen Prototyp seht ihr oben rechts. Ich habe ihn damals Mickey Maus genannt. Ich weiß heute auch nicht mehr so recht, wie ich auf diesen Namen kam. Vielleicht hat einer von euch eine Idee. Ja, und als das Display dann endlich eintraf, da zeigte der Soll-Ist-Vergleich beim Einbauversuch einige Schwächen in der Bemaßung, die nur zum Teil mittels Teppichmesser korrigiert werden konnten, denn Schneidwerkzeuge haben in der realen Welt blöderweise keine Undo-Funktion. Aber immerhin war Pathfinder 1 damit schon mal so weit fertig, dass man ein paar haptische Usability-Tests vornehmen konnte. Erstes Ergebnis, man sollte nicht unbedingt das Vertical-Video-Syndrom unterstützen. Außerdem macht das hochkant-montierte Display das Gehäuse auch unnötig kompliziert. Die Idee ist ja, Platten im Format DIN A5 zu verwenden. Und das geht nicht so einfach, wenn eine Platte, die mit dem Display hochkant stehen soll. Deswegen habe ich mir für den nächsten Prototyp, Pathfinder 2, wie der Auswahlpappe, ein paar Inspirationen aus der Vergangenheit geholt. Vom guten alten Bildschirmtext. Das Links ist ein Multitel 12 der Bundespost, basierend auf einem Siemens BTEL 3210 bzw. FEAB 90-1.1. Für die Jüngeren im Publikum, BTX war sowas wie eine nationale Parallelentwicklung zum Internet mit einer Grafikauflösung ähnlich dem Videotext am TV und existierte von Anfang der 80er Jahre bis in die frühen 2000er. Schauen wir uns jetzt mal die Probleme nicht technischer Art an. Das ist zum einen die Zeit bzw. Manpower. Nur zwei der erwähnten Mitstreiter sind Techies. Keiner macht aktuell aktiv mit. Es hängt also alles an mir. Genauso wie Firma, Verein, Projekt, Privatleben. Und da hat mir mein erkranktes Familienmitglied die letzten Monate nicht so viel Freizeit gelassen, wie erhofft. Zum anderen Geld und Material bzw. Materialverfügbarkeit. So langsam ist meine Schmerzgrenze erreicht und ich habe leider keinen Goldesel. Wenn also jemand so zwischen 50 und 100 Euro spenden möchte, ich hätte immer wieder Wishlists, Kontaktadresse kommt nachher noch auf einem Slide. Außerdem läuft gerade noch bis 30. November 2022 ein Crowdfunding. Dort kann man auch geringere Beträge spenden. Zum Crowdfunding kommen wir nachher noch im Detail. Übrigens, nicht falsch verstehen. Die Preisobergrenze für ein Granofone wird bei 250 Euro bleiben. Aber die Entwicklung verschlingt nun mal ein Vielfaches davon. Was man auch noch bedenken muss, bei der ganzen Sache, arbeitet die Zeit gegen uns. Das goldene Fenster, die günstige Gelegenheit, die ist jetzt. Winter is coming. Man hat also mehr Zeit zum Basteln. Die Politiker wollen zwar einen neuerlichen Lockdown vermeiden. Ob das gelingt und ob das überhaupt eine gute Idee ist, das werden wir sehen. Und wenn das Granofone zu spät fertig wird, dann kann man es entweder nicht aufstellen, weil schon wieder Lockdown ist. Oder man braucht es nicht mehr, weil Corona überstanden ist und die Besuche wieder uneingeschränkt möglich sind. Das Fazit lautet also, ohne eure aktive Mithilfe wird das nichts. Wenn ihr wollt, dass das Granofone rechtzeitig fertig wird, müsst ihr entweder euer Know-how und eure Zeit oder euer Geld mit einbringen. Aktuell wäre aufgrund des laufenden Crowdfundings tatsächlich Geld besser. Denn wenn ich die Fundingsschwelle von 5000 Euro nicht erreiche, bekomme ich keinen Cent davon. Überschreiten ist dagegen völlig okay. Das bekomme ich alles ausbezahlt. Ja und damit kommen wir zum Crowdfunding. Das Crowdfunding ist Teil des zweiten Berblinger Wettbewerbs der Stadt Ulm. Neudeltsch auch als Test-Test-Contest bekannt. Und dieser zweite Contest ist wiederum in sich zweiteilig. Es gibt zum einen das Crowdfunding mit einem Funding-Ziel von 5000 Euro, was noch bis 30.11. läuft. Und es gibt den eigentlichen Contest mit einer Siegerprämie von 15.000 Euro. Da ist am 26.11. das Finale. Das wird übrigens auch live gestreamt und man kann per SMS mit abstimmen. Wäre cool, wenn ihr euch den Termin im Kalender eintragt und mit abstimmt. Aber wer war dieser Berblinger überhaupt? Albrecht Ludwig Berblinger, auch bekannt als Schneider von Ulm, wurde 1770 in Ulm geboren und starb dort 1829. Er war hauptberuflich Schneider, aber nebenbei Erfinder. Denn die Schneiderlehre wurde ihm als Weise aufgezwungen. Er wollte, weil er mechanikbegeistert war, lieber Uhrmacher werden. Und eine seiner Erfindungen war die erste Beinprothese mit Gelenk. Außerdem war er aber auch noch Gleitflugpionier. Otto Lilienthals erste Flugversuche fanden erst 1891 statt. Berblinger flog dagegen bereits 1811. Nur seine öffentliche Vorführung ging schief. Er hat dabei eine Bruchlandung bzw. Notwasserung in der Donau hingelegt. Man könnte also sagen, seine Erfindung ging im wahrsten Wort Sinn baden. Grund war, dass sein Startplatz von Rückenwinden und Fallwinden geplagt war. Und das ist natürlich eine ganz blöde Idee, weil die Tragflächen dadurch schlechter angeströmt werden und man nicht genug Auftrieb bekommt. Heutzutage weiß man sowas und startet und landet immer gegen den Wind. Aber damals war das halt noch unbekannt. Seine Tests, die fanden alle von Hügeln statt. Dort hatte er genug Auftrieb. Und deswegen hat er sich überhaupt auf diese Idee einer öffentlichen Vorführung eingelassen. Ja, und auf diesen Absturz mit seinem Gleiter folgte dann der soziale Absturz. Er wurde als Lügner und Betrüger bezeichnet. Die Kunden blieben seiner Schneiderei fern und es gab Spottreime über ihn. Und so starb er dann einsam und allein im Armenhaus. Im Jahr 1986, 175 Jahre nach seinem Flugversuch, kam die Stadt Ulm dann auf die Idee, dass der Mann rehabilitiert gehört. Soll ja niemand sagen, dass die Ulmer besonders nachtragend wären. Man hat damals dann einen originalgetreuen Nachbau seines Gleiters an einem Hügel hier getestet. Und siehe da, das Ding flog. Parallel dazu gab es einen Wettbewerb, wer es von der Original-Location, also die mit den Rückenwinden, tatsächlich mit einem Gleiter über die Donau schafft. Und einer war tatsächlich erfolgreich und gewann dadurch 50.000 D-Mark. Auch wenn die Landung etwas schmerzhaft war. Er schlug, wie man hier im Bild sieht, frontal in die neue Uferblöschung ein und kugelte sich dabei die Schulter aus. 2020 stand dann der 250. Geburtstag Baublingers an und die Stadt hatte sich dazu ein mehrwöchiges Eventprogramm und den ersten Baublinger-Wettbewerb ausgedacht. Nur kam da so eine duschliche Pandemie in die Quere. Also wurden die Events auf drei Jahre gestreckt. So sind wir jetzt im Jahr 2022 und weil es 2020 so schön war, wurde dieser Baublinger-Wettbewerb glatt nochmal neu aufgelegt. Dieses Mal sogar mit neun statt fünf Projekten im Finale. Und das Granophone ist eines davon. So, jetzt gibt es erstmal ein bisschen was zu lachen. Nämlich das Pitch-Video, das ich für das Crowdfunding drehen musste. Viel Spaß dabei! Das Granophone Wir machen Videotelefonie einfach. Wir machen Videotelefonie einfach. Am 9. November 2020 fragte der Benutzer Nitek auf Twitter Meine Oma hat von Technik keine Ahnung, aber einen großen Fernseher und gutes Internet. Gibt es eine einfache Videokonferenzlösung, die Oma sicher ist? Ich sah mich damals genötigt, ihm wie folgt zu antworten. Wenn das das einzige Kriterium ist, ist die Antwort aktuell leider. Vergiss den Fernseher, kaufe ein großes, schon etwas älteres iPad und nutze FaceTime. Und irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Nun, schwäbische Tüftler erkennt man daran, dass sie zwar kein Bläh in Gold, aber Frustration in Motivation und Kreativität verwandeln können. Und nun die Nachrichten. Frankfurt. Der Autorin Martina Nitsche wurde heute auf der Frankfurter Buchmesse der Deutschen reißen für ihren ersten Termin. Eingehender Anruf. Bitte den Hörer abnehmen. Die Jury begründete... Eingehender Anruf. Bitte den Hörer abnehmen. Ja, hallo Oma. Der hat der Stefan. Hey, ähm. Tut mir furchtbar leid, dass ich mich nach der Ankunft so lange nicht gemeldet habe. Aber ich wollte erst die Urlaubsvideos fertig schneiden, damit ich sie dir auch zeigen kann. Ah. Warte, ich schalte das Bild auf deinen Fernseher um, dann siehst du es besser. Mhm. Hier durfte ich nach der Landung einen Blick ins Cockpit werfen. Ah ja. Und am Schluss, da wollten die Piloten sogar noch etwas angeben und haben den Lampentest eingeschaltet, damit das ganze Cockpit aufleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Schön. Und das hier, das war das Sehen in unserem Ferienhaus. Das war so toll. Man steht da auf diesem Steg, die Wellen rollen langsam über den See, es weht ein ganz sanfter, milder Wind und abends geht die Sonne wie in Zeitlupe unter. Das, was Sie gerade gesehen haben, war natürlich gestellt. Die Oma im Video war, wer hätte es gedacht, nicht meine echte Oma. Die Urlaubsvideos sind zwar echt, aber stammen noch von vor der Pandemie. Und es gibt leider noch kein funktionierendes Granophon. Aber das können wir gemeinsam ändern. Mein Name ist Stefan Bauer und ich suche Geldgeber, aber auch Helfer, um Videotelefonie seniorentauglich zu machen. Und das Ganze so, dass es jedermann selbst zusammenbauen kann. Ohne Werkstatt, ohne teures Spezialwerkzeug am heimischen Küchentisch. Denn wenn ich diese Geräte selbst fertigen lassen würde, mal angenommen, ich fände überhaupt einen Investor dafür, und ein halbes Jahr später ging ich pleite, dann hätten tausende von Leuten für teures Geld Elektroschrott gekauft. Deswegen muss dieses Projekt so ausgelegt sein, dass man es aus gut verfügbaren Materialien, ohne Vorkenntnisse und ohne Spezialwerkzeug selbst zusammenbauen kann. Eben wie die Produkte eines bekannten schwedischen Möbelhauses. Jetzt hätte ich beinahe etwas vergessen. Das mit dem Zusammenbau am Küchentisch können Sie sich nicht vorstellen. Doch, das meine ich ernst. Denn genau so baue ich aktuell meine Prototypen. Am Küchentisch mit Schraubzwingen, Laubsäge, Handbohrer und Schraubendreher. Nur natürlich nicht mit Anzug und Krawatte. Wie gesagt, wenn ich die 5000 Euro Schwelle nicht reiße, dann bekomme ich keinen Cent aus der Aktion heraus. Deswegen wäre es sehr cool, wenn ihr ein paar Euro in meine Richtung laufen könntet. Und wenn der Geldbeutel gerade nicht so locker sitzt, dann teilt doch bitte wenigstens den Link auf euren Social Media Account. So, nach diesem Exkurs über Erfinder-Schicksale und Crowdfunding, zurück zum Gönnophon. Vorhin haben wir schon die Probleme nicht technischer Art angerissen. Technische Probleme gibt es natürlich auch ein paar. Die Tests mit Bersip als Voice-Over-Appeal-Software waren im ersten Anlauf sehr ernüchternd. Und das, obwohl der verwendete Codec auf dem Raspberry Pi eigentlich Hardware-beschleunigt sein sollte. Gefühlt hinkt das Bild dem Ton drei Sekunden hinterher. Aber wie bestimmt man das und womit vergleicht man das? Nun, im Browser laufen Videos mit dem gleichen Codec flüssig, selbst im Fullscreen. Also, schnappen wir uns doch mal eine kleine Streaming-App und basteln eine HTML-Seite darum. And we proudly present Advanced Winkel Cutting. Dieser niedliche alte Analogwecker mit Sekundenzeiger wird nun abgefilmt. Und indem man den Bildschirm neben den echten Wecker stellt, kann man nun die Position des Sekundenzeigers auf dem Bildschirm mit der Position des echten Zeigers vergleichen und so die Verzögerung bestimmen. Aber es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das unser einziges technisches Problem geblieben wäre. Das nächste ist, Smart-TVs sind tatsächlich strunzdumm. Man kann über das HDMI-Kabel ein, schalte dich ein und mach mich zu deiner aktiven Signalquelle, Steuersignal vom Pi an den TV senden, um dort das Videotelefonat anzuzeigen. Ja, eigentlich. Es verstehen nun nicht alle TVs mit HDMI-Anschluss dieses Signal. Und man darf auch kein billig HDMI-Kabel verwenden, weil dort die Adern für die Steuerleitungen fehlen. Was wir auch noch einrichten müssen, ist ein VPN. Warum brauchen wir ein VPN? Weil Senioren schon genug Schock- und Scam-Anruf über das normale Telefon bekommen. Ein direkt aus dem Telefonnetz erreichbares Gwennophon wäre eine Goldgrube für diese Betrügerbanden, da es die alten Leute als vertrauenswürdiger ansehen werden als das normale Telefon. Weil da ruft mich ja immer mal mein Enkel drüber an. Deswegen ist die Abschottung mittels VPN notwendig. Und ich tendiere geradezu OpenVPN statt WireGuard, auch wenn letzteres performanter sein soll. Denn OpenVPN kann man von sich aus über TCP tunneln. Und das wiederum könnte sich als nützlich erweisen. Bei WireGuard dagegen braucht man da irgendwelche Workgrounds oder Add-ons dafür. Ein Knackpunkt bei dieser VPN-Geschichte ist dennoch, dass unser Netz IPv6-only sein muss, weil man nur so Adressbereichskollisionen, wenn man mal Netze zusammenlegen muss, hinreichend gut vermeiden kann. Und es soll ja durchaus vorkommen, dass Leute heiraten oder sich sonst irgendwie verpartnern und deswegen der Familienclan erweitert werden soll. Deswegen brauchen wir OpenVPN mindestens in der Version 2.5. Und Pakete, die wir verwenden, die sollten aus dem offiziellen Debian-Repo oder dem offiziellen OpenVPN-Debian-Repo stammen, sonst wird es mit Updates immer haarig. Zum Glück ist im aktuellen Debian-Release Bullseye und damit auch in Raspberry Pi OS mittlerweile ein hinreichend aktuelles OpenVPN enthalten. Jetzt kommen wir zu den Updates. Diese Bilder hier, die hatte ich letztes Jahr schon gezeigt und dazu geschrieben, der erste Spauholz-Prototyp sei fast fertig. Nun ja, über die Definition von fertig muss ich glaube ich nochmal nachdenken. Dann hat aber ein freundlicher Helfer meine damaligen Pläne geschnappt und einen Lasercut davon erstellt. Und dabei habe ich dann gelernt, der Lasercutter ist unerbittlich, unbestechlich und verzeiht keine Fehler. Davor war es immer ein Rätselraten, habe ich schlecht gemessen und daher einen Fehler im Plan oder habe ich schlecht gesägt. Der Lasercut, der zeigt beim Zusammenbau gnadenlos alle Stellen auf, die eindeutigen Fehler im Plan waren. Deswegen steht ein einfacher Zugang zu einem Lasercutter auf meiner Wunschliste ziemlich weit oben. Platz für einen eigenen zu schaffen wird schwierig und leider gibt es hier in Ulm gerade ein bisschen ein Drama, was Hackerspaces angeht. Aber das, was da gerade los ist, das wäre eigentlich ein Thema für einen separaten Vortrag mit mindestens einer Stunde Dauer. So, daher überspringen wir das und machen jetzt mit dem Grenophon Innenleben weiter. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, vor allem wenn er so tiefe Einblicke bietet. Hier sieht man, wie das Grenophon aus einzelnen Schichten zusammengesetzt ist. Die Spauholzplatten sind für mich quasi wie eine Schicht im 3D-Drucker, nur dass ich halt gleich 4mm Schichtstärke auf einen Schlag habe. Hier sieht man die einzelnen Schichten nochmal aus der Nähe. Links sieht man, wie die Aussparungen darin die Platine und die Stecke aufnehmen. Warum treibe ich diesen Aufwand mit dem Selbstbau aus Spauholz, wenn es doch fastfertige Gehäuse gibt? Nun, erstens, die Teile, um die fastfertige Gehäuse anzupassen, Stichwort Hörergabel, müsste man im 3D-Drucker drucken, damit es wieder passend aussieht. Und damit sind wir meilenweit von niedrigschwellig weg. Zweitens, und diese kleine Seitenhebrichtung Heise muss erlaubt sein, auch wenn ich für dich schreibe, als ich zur Probe so ein Gehäuse gekauft habe, im Heise-Shop, ist genau das passiert, was ich befürchtet habe. Direkt nach meiner Bestellung sprang die Anzeige auf nicht mehr verfügbar. Ich habe also tatsächlich das letzte Gehäuse im Shop erwischt. Yay! Das war Mitte April dieses Jahres und dieser Ausverkaufzustand ist bis heute unverändert. Das hier ist ein Projekt, was auch Videotelefonie mit Senioren zum Ziel hatte. Es nannte sich Nestor. Ja, und das war ein Plastikgehäuse mit einmal einem Android-Handy gekoppelten Hörer. Das Handy ist dabei hinter Glas, dass man nicht versehentlich auf den Bildschirm toucht und was verstellt. Die sind im April 2020 gestartet, kurz nach Pandemiebeginn, also noch vor dem Granophon. Und ich hatte im November 2020, als ich bezüglich des Granophons recherchierte, ob es sowas schon gab, Nestor gesehen. Mir war damals schon klar, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist. Februar 2021 sollte Nestor in einer Seniorenbegegnungsstätte erprobt werden. Die Testphase war ausgelegt auf sechs Monate und danach las man nie wieder was von denen im Netz. Irgendwann um den Jahreswechsel 2021, 2022 ging dann deren Website vom Netz und deren Vertriebsmodell war als Mietmodell ausgelegt. 69 Euro Einrichtungsgebühr und dann 29 Euro pro Monat laufende Mietkosten. Immerhin wäre der Datentarif dabei schon inklusiv gewesen. Aber trotzdem, das zahlt einfach niemand für so ein Gerät. Noch dazu kamen dann diverse technische Schwierigkeiten. Unter anderem, so wurde mir berichtet, waren die Android- und App-Updates schuldig, denn letztendlich war das Teil nur eine Hardware-Fernsteuerung für WhatsApp. Und man hat es einfach nicht geschafft, diese Apps und die Updates unter Kontrolle zu bekommen. Deswegen wurde das Projekt seitens der Entwicklern auch eingestampft. Dass es nur ein zwei-Mann-Startup war, was der kommerziellen Support für alle zahlenden Nutzer anbieten wollte und musste, kommt natürlich noch dazu. Das ist ganz klar zu viel Workload auf zu wenigen Schultern. Und deswegen, weil ich halt momentan Einzelgänger bin, setzt das Granofone eben auf diesen Selbstbau- und Open-Source-Ansatz. Mit einer sich hoffentlich dann mal entwickelnden Anwender-Community dahinter, sobald wir halt mehr User dafür haben. Mitmachen, mithelfen, statt nur konsumieren. Bezüglich des ersten von mir verwendeten Hörermodells bin ich auf Kritik im Netz gestoßen, dass das eine Tendenz hat, nach ca. 6 Monaten Nutzung auszufallen. Das wäre natürlich nicht gut, vor allem wenn wir dann eine entsprechende Stückzahl schon draußen haben. Deswegen, und weil ich auch nach einer Lösung gesucht habe, ältere Hörgeräte anzubinden, neuere verwenden Bluetooth, aber die älteren brauchen eine induktive Kopplung über eine sogenannte Telefonspule oder T-Spule, musste ein anderer Hörer her, der natürlich eine komplett andere Form hat und deswegen eine angepasste Hörerauflage benötigt. Also, zurück ans Weißbrett. Rausgekommen ist bislang das, was man rechts sieht. Ganz glücklich bin ich noch nicht mit der neuen Form, aber ich denke noch ein, zwei Anläufe und dann passt sie auch. Zumindest klackt der Gabelumschalter schon mal genauso gut wie beim Vorgängermodell. Dieser neue Hörer, der fühlt sich auch etwas schwerer und hochwertiger an und ist optional mit so einer T-Spule lieferbar, womit die Nutzer alter Hörgeräte halt auch gleich mitversorgt werden. Für den Fall, dass das erste Hörermodell tatsächlich ein Komplettversager sein sollte, der nach sechs Monaten die Grätsche macht, habe ich auch schon Pläne für einen Selbstverhörer aus Holz in der Hinterhand. Die brauchen allerdings noch etwas liebevolle Zuwendung. Eine weitere Gehäusevariante, mit der ich zwischenzeitlich herum experimentiert habe, sieht man hier. Das Display ist dabei absichtlich asymmetrisch platziert, um rechts einen Rand stehen zu lassen, in dem man Kurzwahltaster einbauen kann. Ich weiß noch nicht, ob der Platz wirklich ausreicht, aber es ist einfach mal ein Versuch. Worst Case muss man die Kurzwahltasten in eine Art Besetztlampenfeld auslagern, was man dann rechts ans Gehäuse andockt. Ähnlich nur externen Festplatten beim Amiga 500, nur halt auf der rechten statt an der linken Seite. In der Make 3 2021 war eine Bauanleitung für eine USB-Tastatur auf Basis des Pi Pico. Das war dann etwas komplexer und eher nicht mehr lötfrei, aber man könnte sich daraus ein sehr großes Besetztlampenfeld basteln. Das wäre also eher was für die Kinder- bzw. Enkelseite, wenn man Vermittlung für die ganze Großfamilie spielen will. Wenn es dagegen nur ein paar Tasten sein sollen, damit sich die Großeltern, Väter und mütterlicher Sites auch direkt gegenseitig anrufen können, wird es auch per Steckverbindung auf die GPIO-Ports lötfrei funktionieren. Ja, wie heißt es so schön bei Monty Python? And now for something completely different, nämlich Doom auf dem Granophone. Es ist ja immer so eine gewisse Hacker-Challenge, das klassische Doom aus dem Jahr 1993 auf Geräten laufen zu lassen, die nicht dafür gemacht waren. Da das Granophone aktuell auf einem Raspberry Pi 4 aufsetzt, ist das natürlich nicht sonderlich schwierig. Übrigens, Doom steht seit dem 31. August 2011 nicht mehr auf dem Index. Es ist jetzt nur noch USK 16 wegen der Gewaltdarstellungen. Um das Video trotzdem gefahrlos für alle Altersgruppen zeigen zu können, benutzen wir für die Demo eine Version komplett ohne Monster, Waffen, Items etc. und daher ohne Gewaltszenen oder eklige bzw. verstörende Bilder. Ich habe zur einfachen Steuerung gerade eine Tastatur angeschlossen, aber eigentlich geht das Ganze auch per Touchscreen. Das probieren wir gleich noch aus. Da braucht man eine Zwei-Finger-Geste dafür. Also ein Finger drauf und der andere bewegt dann das Bild. Nun, auf zum Ausblick. Hier eine Übersicht über die geplanten Ausbaustufen. In Stufe 1 sollen 1 zu 1 Videotelefonate mit fest voreingestellter Gegenstelle funktionieren. Ab Stufe 2 gibt es dann eine Kurzwahlfunktion, mindestens auf der Kind- bzw. Enkelseite. Und die Stufe 3, die soll dann auch Konferenz-Videotelefonate von der Kind-Enkelseite aus möglich machen, wobei wohl nicht mehr als eine Dreierkonferenz gehen wird bei der beschränkten Leistung des Peis. Spätestens in Stufe 4 soll dann Lauthören und Freisprechen unterstützt werden, sowie eine Sprachwahl, allerdings natürlich ohne Cloud, weil wir wollen ja nicht, dass Oma, Opa hier von Alexa und wem alles ausgehocht werden. Ein interessantes Projekt, was wir unbedingt auch im Auge behalten sollten, ist DoorPie. Das ist eine Töcklingel auf Raspberry Pi Basis, die auch eine Voice-Over-IP-Anbindung nutzt und sogar mittlerweile ebenfalls mit Videosupport. Leider wirken die Website und das Forum dazu etwas eingeschlafen, aber das ist trotzdem sicherlich den Blick wert. Eventuell kann man zum gegenseitigen Vorteil miteinander kooperieren oder zumindest Teile des DoorPie-Codes für das Granophon übernehmen. Die Lizenz dafür sollte eigentlich passen. Die Software-Seite des Granophons werden wir eher nicht unter CC-Buy und CSA stellen können. Vermutlich wird der Code unter der New Public License, also GPL, lizenziert werden. Eine weitere Designfrage ist, nimmt man einen eingebauten Bildschirm oder einen abgesetzten Bildschirm und falls letzteres einen dedizierten TFT oder einen Fernseher. Der Hintergrund ist dieser. Die Oma-Seite braucht nicht zwingend einen Touchscreen und Bildschirme ohne Touch-Funktion sind deutlich günstiger. Man könnte also einen günstigeren, größeren Bildschirm hinter dem Granophon verbauen. Das kann auch an Privat oder in der Firma ausgemusteter alter Fernseher oder TFT sein. Aktuell tendiere ich allerdings dazu, einen eingebauten Bildschirm zu verwenden und das Bild nur bei Bedarf auf den Fernseher umzulenken. Eben wegen der angesprochenen HDMI-Problematik. Eventuelle Lieferkettenprobleme sowie Anwenderfeedback könnten das aber noch beeinflussen. Wer jetzt findet, dass das Granophon eine coole Idee ist und bei der Entwicklung mithelfen möchte, entweder tatkräftig oder finanziell, der findet hier alle Möglichkeiten, um uns zu kontaktieren. Ganz neu ist der Twitter-Account. Mal schauen, wie lange der Bestand hat, bevor Elon Musk den Laden dicht macht. Und der Crowdfunding-Link, der kommt auf der nächsten Folie gleich nochmal als QR-Code. Übrigens, Manitou, ein deutscher Hosting-Anbieter, war so freundlich, uns den Webspace und die Domains kostenlos zur Verfügung zu stellen. Daher auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Damit kommen wir zu den nächsten Terminen, bei denen das Granophon präsentiert wird. Für die Maker Faire Sindelfingen am 19. November haben wir leider bislang weder Zu- noch Absage auf unsere Einreichung bekommen, nur eine Eingangsbestätigung. Wenn wir angenommen werden, wird es aber ein gestreamter Vortrag werden. Wir sind definitiv nicht vor Ort, egal wie die Entscheidung ausgeht. Am 25. und 26. November sind die Finalrunden des Test-Test-Contest bzw. des zweiten Börblinger-Wettbewerbs zur Stadt Ulm. Wir sind dabei am Samstag, den 26. November, mit unserem Live-Pitch dran. Und das ebenfalls zum Test-Test-Contest gehörende Crowdfunding läuft dann noch bis zum 30. November weiter. So, das war's. Wir sind am Ende des Vortrags angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für das Interesse, stehe natürlich im Anschluss auch noch für Fragen bereit und habe vielleicht auch noch das eine oder andere Update für euch. Es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für das Interesse, die ihr, die ich genau an Baden-Wettbewerbs zur Stadt Untertitelung des ZDF, 2020